Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox. Heute spielen wir Five Nights and Freddys. Ich hab dir bei euch scheiße geschrieben. Ich hab dir auch Sausage geschrieben, dass alle wusstest. Wieso ist die Tür da zu? Es ist eh gelöstet sauber. It's me. It's me scheiße. Alter ich hab die Scheiße. Ich spiele jetzt wieder Five Nights and Freddys und wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde. Und das macht für uns richtig Spaß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chica im Gang, Chica im Gang, Freddy hier. Äh, Bunny ist nicht da. Wieso ist die Tür zu? Foxy rennt gleich, Foxy rennt gleich. Wieso ist die Tür zu? Da steht doch... Oh Gott, oh Gott. Foxy rennt gleich. Mach die Tür zu, da ist Chica. Freddy ist auch da zu nett. Ja, Chica ist da. Ich baue, ich baue. Ich spiele nicht Fakt. Okay, ich wollte das eigentlich gerade machen. Ich hab keine Ahnung dabei jetzt. Keine. Er steht nicht im Gang. Oh, ich weiß wo. Cam 5, nicht. Der ist aber nicht bei uns. Foxy ist noch da? Ich weiß, weil ich das sehen kann. Kannst du mir sagen, wo äh... Es ist mir. Kacke. Ich hasse... Foxy rennt, Foxy rennt. Tür zu. Hast du? Auf der anderen Seite ist nichts. Oh, Mann. Ich guck noch nicht. Wir sind tot. Ist Foxy drin? Die Tür funktioniert nicht. Ach, was sind das für Luschen? Geht's jetzt? Nein. Oh Gott. Du lebst noch. Oh, der war echt geil. Oh, der hat mir wieder gespawnt. Mann. Mann, es sind zu... Es sind viel zu viele. Es ist jetzt hier ein Stück, Digga. Hallo. Hallo. Da kann da nicht rein. Da können nur coole Kids rein. Also ich auch nicht. Mann, lass mich durch! Chica im Gang. Geht's doch. Was geht mit Bunny eigentlich? Keine Ahnung. Ich guck mal. Der ist nicht im Gang und der ist auch nirgendwo. Ich weiß. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Chica. Hä? Wo zur Hölle ist Bunny hin? Ist Bunny tot? Keine Ahnung. Der ist nirgendwo. Der steht nicht im Gang. Der steht nirgendwo. du kannst du auch die tür auf steht niemand ich hasse die tür aufgesperrt und ich gehe jetzt weg freddie im gang mann macht die tür auf die karte steht wieder davor super hier ist barry ich hab barry entdeckt ich hab barry jetzt entdeckt wieso macht er da die tür zu da steht doch weil die steht da völlig steht bei der anderen tür dann im gang werden immer noch da rennt er ich sag's dir doch eh foxy rennt banni wird ihn aber blocken ich auch lol er rennt aber freudy war die tür zu chica und freddie sind weg foxy ist auch weg dann kann die tür auf barry aber im gang barry ist aber noch im gang ja aber er ist noch nicht er ist aber noch nicht bei uns ich guck mal wo chica ist oder freddie sind nicht im gang ich weiß es nicht mehr hey wo ist barry ist toilette alter wieso sperrt der mich aus der hat uns alle ausgesperrt also der hat uns alle ausgesperrt ja der hat uns alle ausgesperrt ja guck der mail schreibt schon wow ne ich mich jetzt das ist nicht wieder da drin ausgesperrt so 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 macht das nicht machen die scheiße nicht aus so 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 Das ist wieder ausgesperrt. Alles ist wieder ausgesperrt. Guck mal, Strom die verbrauchen. Ja, der hat auch noch das nicht am Machen. Okay, ich wurde reingeportet. Ja, ich... Auch noch das nicht, ne? Das ist... Wann die Lichter sind an? Jetzt ist es so. Alter, ist der bekloppt? Hat der Schlag am Fall? Wenn Chica da ist schon. Wenn Chica... Dann haben wir noch einen Gang. Echt drauf. Wieso macht der hier die Tür... Box hier rein gleich. Halt aber... Hat der einen Schlag an Fall? Hä? Wieso sprore ich denn hier? Ich muss raus. Alter, hat der Schlag an Fall? Hat der einen Scheiß an Fall? Lass diese Türen auf. Ich sag dem Box hier rein. Steht Bunny da? Nein. Im Gang. Wieso hat der denn die Tür zu? Alter, wenn der ein echter Nachtwächter, der würde so hart verkacken. Eigentlich muss man nur gucken, ob Fox hier rennt. Aber das dauert ja ein bisschen. Und man muss... Alter, der schließt alle Türen. Ich versuch gerade hier... Alter, ich ban den gleich. Wenn ich könnte, würde ich den so bannen. Ja, reporte ihn. Fox hier rennt. Ja, ich reporte ihn. Okay, die Tür ist zu. Alter. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich die Tür jetzt aufgemacht hätte. Als ob er Premium-Rang hat. Alter! Der hat... Der hat einfach... Der hat einfach jetzt so viel Strom verbraucht. Auf einen Schlag hat er acht Strom verbraucht. Ist das einer, der vorhin ausgesperrt wurde? Ja. Jetzt will der alle aussperren. Jetzt sind wir tot wegen dem. Das ist ein Problem. Das ist ein Buchstabschreiben. Nee, einfach nur. Alter, was hab ich mit diesem It's Me? Sam. Der heißt ja immer... Sam, awesome. Sam, you are a sausage. Er heißt ja Sam. Sausage ist ein Child-Word. Wie soll ich übersetzen? Ja. Wurst ist ein Kinder- Ist ein Kinderwort. Ich hab einfach same. Was heißt denn same? Selber. Ah, you are one year! Du bist ein fetter Freak. Er ist geläftet. Er ist geläftet. Er ist geläftet. Okay, okay. Der macht mit. Wir checken. Wir sollen Foxy checken. Ich check Foxy schon. Er schreibt Check Foxy. Oh, ich hab keine Ahnung, wie man Write schreibt. Wie schreibt man Write? Weißt du das? Das heißt, man ist rechts. Alles. Der Typ macht zumindest mit. Ich bin Peter Freak, okay. Du bist nicht. Und sie hat auch noch geschrieben. Bist du ein Jahr? Bist du ein Jahr alt? Okay, ich bin der Einzige im Office. Ist alles okay bei Foxy? Ja. Dude! Was heißt das denn? Mann. Nee, es heißt nicht Dude. Okay, er wollte Foxy checken. Er will Foxy checken. Ein Pimmel. Joa, du sollst inside den Gartum. Was ist der Gartum? Du sollst zu mir kommen. Das ist der Gartum, da wo ich drin bin. Alter, will der alle... Alter! Hä? Guck mal. Der schließt die Türen, doch wir verbrauchen keinen Strom. Hallo. Alter, guck mal. Muss in den Gartum. Guck mal. Wer war das? Der Tür. Zika. Die Tür ging zu. Alter, guck mal. Alle Türen sind zu, doch wir verbrauchen keinen Strom. Geilomat 3000. Guck, wir verbrauchen keinen Strom, obwohl alle... Okay, jetzt schon. Ja, weil ich das Licht angemacht habe, ist auf beiden Seiten. Guck mal, wir verbrauchen keinen Strom, obwohl alle Türen zu sind. Ja, kein. Ja, guck. Okay, die sind ein-usage hat man immer. Egal, was man macht. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Nee, ist es doch nicht. Wie geil ist denn das, bitte? Ich habe mal verbraucht auf. Ich check mal kurz was. Ist das noch auf der Straße? Die dumm, die dumm. Ich gehe nach unten. Wir brauchen keinen Strom, ist das geil? Ja, das ist ein-usage-usage-usage-usage-usage-usage. Alter, guck mal! Chica und Freddy stehen... Chica und Bunny stehen hier Hand in Hand! Cool! Okay, die stehen nicht Hand in Hand. Die stehen so ein Serbierchen. Oh, jetzt ist der arme Bunny alleine. Oh, jetzt ist der arme Bunny alleine. Das war ein Anzeigefehler. Echt jetzt? Ja, wir haben die Tür wieder aufgemacht. Möchten sie jetzt zumachen? Das ist ein Anzeigefehler. Okay, Arnie. Okay, doch nicht! Yeah, Bunny! Pizza, ich schmecke. Du machst doch Pizza, ne? Ja, der macht keine Pizza. 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 Alter, wie viel hast du schon gefressen? Das war von gestern, du! Doch, wie viel hast du gefressen? Nee, das war von... Es war von halb neun bis elf Uhr, Alter. Schon klar, dass es so wenig ist. Ja, stimmt. Denkst du, ich bleib nicht lange auf? Jetzt echt. Schwünfe dich. Ich darf nicht lange aufbleiben, wie ich will. Schwünfe dich. Echt schwünfe! Oh Gott, oh Gott! Foxy kommt gleich. Freddy ist da. Foxy kommt. Tür ist zu. Ach, die macht das Licht aus. Vielleicht hat meine Mutti Hau mitgefressen. Hat sie? Ja, mein Vater auch, also. Foxy ist weg. Ist Freddy noch da? Keine Ahnung. Ja. Oh, ist so groß. Mann, was machst du? Freddy ist abgehauen. Ja, kommst du jetzt mal. Freddy ist abgehauen. Steht Bunny im Gang. Chica steht im Gang. Was ist mit Bunny? Nicht. Oh Mann, jetzt sind hier viel zu viele Leute. Aber viel zu viele. Alter, wieso machst du die Tür zu? Ich? Nein. Versteht nichts. Wieso schließt ihr die Tür? Chica ist außen gegangen. Lass das bitte mal. Echt? Nein. Mann, dieser Josebos. Folter Knopf. Seriose, Boss. Na, er macht die ganze Zeit die Tür auf und zu. Chica und Bunny sind im Partyraum. Ja, die halten da hinten. Jetzt lass das doch mal, Jadibabo. Ja, Deal, Bunny. Chica, Chica, Chica ist direkt vor der Tür. Direkt. Mach dieses Licht aus. Auf der anderen Seite auch. Alter, ich werde hier gerade so herumgeschubst. Weil ich will, weil ich will, dass das hier nach Regeln geht. Alter, das ist Chica. Also, wenn jetzt jemand die Tür aufmacht, seid ihr lebensmüde. Alter, man sieht dich auf der Stage. Guck, guck auf die Cam. Man sieht dich. Geh, bitte. Tanz mal. Okay. Aha. Ja, und die Kamera liebt dich. Ich mach ein paar Selfies. Warte. So. Oh. Lens jetzt. Die anderen sind mal verantwortlich für das, dass das passiert. Oh Gott, Foxy rennt gleich. Aha. Oh, mach den Ninja-Pogel-Style. Aha, aha. Und tschüss. Also, wir verbrauchen einfach keinen Strom. Da haben wir überhaupt schon. Ja, aber nicht für die Tür. Foxy rennt gleich. Doof Gesicht, da ich bin ausgesperrt worden. Foxy rennt übrigens gleich. Ich dance. Ey, schick euch hier vor der Tür. Weiß nicht, die Tür ist doch zu. Die will irgendwie nicht abhauen. Foxy rennt. Die Tür ist zu. Wegen Bunny? Wegen Bunny ist die Tür zu? Hä? Wegen Bunny ist die Tür, oder? Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Wieso? Die hab ich gar nicht gesehen. Beide Tür müssen zu sein. Beide. Chica und Bunny. Oh ja, und Freddy steht auch noch. Chica, Freddy und Bunny. Hä? Chica und Freddy stehen auf einem Punkt. Alter. Oh, du hast jetzt mit ihm. Und du danst es? Chica ist weg. Aber Freddy ist noch da. Bunny ist weg. Okay. Ich vertausche mal, ich hab Bunny mit. Und Chica. Freddy und Chica sind noch da. Aber ich spiele nicht, sie sehen aus. Wieso machst du die Tür zu? Ich? Nein. Dann sagst du ja du. Wieso machen die hier die Tür? Was zur Hölle ist dein Problem? Och, ich weiß jetzt nicht. Du musst dich auch bewegen. Sonst kriegst du... Doofgesicht. Freddy ist weg. Chica ist noch da. Musst du mir nicht sagen. Ich wurde ausgesperrt. Du kommst nicht mehr rein. Der eine. Da ist der eine mit der Zombie-Maske drin. Der eine. Ja. Ich setze dich. Ich geb ihm noch eine Chance. Danke. Ja, Geilo. Lass uns rein. Oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, ich lebe noch. Ich hab mir noch schützen. Wieso macht ihr die... Lass das! Chica ist noch da. Und mach die Tür auf! Chica ist noch da. Panik ist weg. Oh, was ist euer Schein? Alter, da steht Chica. Also mach die Tür zu. Leute. Der Foxy randt gleich. Das ist der Beweis, dass man das nicht schaffen kann. Wir brauchen keinen Strom über die Tür zu machen. Chica ist weg. Können wir wieder aufmachen? Ja. Mach die Türen aufgefolge! Das heißt, du musst man selbst machen. Freddy ist da. Äh. Nee, Chica, Chica. Ja, Tür ist zu. Dein PC ist abgestürzt. Oh. Nee, auch um das. Du bist aber noch im Game. Nee, auch um das abgestürzt. Nein. Foxy! Mach nicht wieder diese Scheiße. Weg nach Hause mit der Hunde. Du bist immer noch im Game. Vielleicht nicht mehr, weil ich hier bitte herunterfahre. Ich bin überrascht, dass Foxy uns nicht getötet hat, genau als er angekommen ist, war der Stromaus. Ich bin überrascht, dass Foxy uns nicht getötet hat. Ich seh gar nichts. Ich bin überrascht. 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 Nein, das geht auf die Dauer auf die Nerven. Das ist immer das Date-befrist-Prinzip. Darf ich den Part beenden? Darf ich? Nicht. Wieso denn nicht? Weil wir immer zusammen 30 Minuten machen. Nicht immer. Aber meistens. Schlagweil war keine 30 Minuten. Weil Gerrit da war. Oder? Okay, dann mach ich halt noch 9 Minuten. Mann, jetzt mach die Tür auf. Da steht doch keiner. Oh Gott. Könnt ihr mal einmal nicht so unfähig sein? Die haben keine Ahnung, wie man das spielt. Ich muss hier alles machen. Die haben keinen Schimmer. Alles? Alle haben keinen Schimmer, wie man das spielt. Was ist bei Foxy? Läuft gleich. Ja. Mach das! Jetzt mach sie mir zu. Ja, sorry! Ich beobachte jetzt Foxy. Ja. Foxy rein. Jetzt nicht. Klar, er hält noch. Nö. Jetzt nicht mehr. Oh, ich hab mich zu oft gemacht. Oh Gott, oh Gott, seid ihr alle blind oder blöd? Ich muss alles selbst machen. Er will ganz blöd. Mon, lass das! Zumindest der kann eine Tür schließen. Ja, nee, Tommy. Könnt ihr mal aufhören ohne den Strom zu verschwenden? Die können doch alle das Licht anmachen oder so. Ach ja. Zumindest kann der ein bisschen was. Mach mal das Licht an. Okay. Bringt mich da ja nicht viel. Oh. Nochmal, ich mach mal beide Lichter an und mal gucken, ob der Strom verbraucht. Ja. Also die Lichter verbrauchen schon Strom. Ey, du! Nur weil ich nach den Regeln spiele, möchte ich mich nicht gleich aussperren. Diese Jugend von heute. Früher war alles besser. Diese Bunnies von heute. Richtig, Bunny? Heute wird es auf jeden Fall eine Folge von dem neuen Let's Play geben. Wenn es sogar zwei. Hallo, Foxy. Hallo, Foxy. Was geht so ab? Wenn der Fox tut. Ja, bei mir auch nicht viel. Ha, Foxy, willst du mich vielleicht umbringen? Nö? Okay. Ich lass dir das jetzt mal alleine regeln. Mal gucken, ob die das hinbekommen. Ich werde dir die sterben in den nächsten Minuten. Weil die nichts auf die Reihe kriegen. Die wissen nur eins. Türen schließen und Strom verbrauchen. Da war wohl auch kein Sturm. Ja. Mann, ist das auch egal. Das ist aber alles, was die können. Türen schließen, wenn Leute da sind und Strom verbrauchen. Das ist alles, was die können. Alles. So Leute, wir gucken jetzt mal, wie Foxy sich diesmal mault. Und dabei fixst du die Schuhe an. Alles klar. Das sah anders aus als sonst. Der ist an die Decke geknallt. Er braucht sich immer. Wann, bist du tot? Nee. Nee. Weil sie die ganze Lüge die Tür zu haben. Ja. Aber normalerweise werden die... Oh, ich hab gehört, ein Duck. Wetter, Chica, wird sie jetzt umbringen. Ich bin gestern nicht mal da. Mann, ich dachte aber. Ja, es ist ja keiner da. Manni, kannst du sie bitte... Manni, kannst du sie bitte umbringen? Foxy! Äh, Foxy da war der Rock. Chica? Wo seiten die? Wo seiten die? Leute, ihr könnt jetzt nicht einfach pissen gehen. Pissen? Alter, ich will nicht ihr Office sein. Ich bin auf Toiletten. Okay. Mal gucken. Manni, du Manni, bitte hilf mir. Du kannst sie, bitte töte sie. Meistens ist da Freddy am Kanten. Ja, Manni, bring sie um. Mann, auf der Toilette ist mal Freddy am Kanten oder... Oder auch am Kanten. Ja, das kann keiner sagen. Ja, deswegen kann ich auch Toilette sagen. Das ist wahrscheinlich... Keiner. Leute! Hallo? Hey, wo sind die hin? Geh mal in die Toilette, man kann ja echt rein. Aber man sieht nichts. Alter, wo sind denn die? Ich bin in der Arsch. Foxy, töte sie. Foxy, kack sie an. Nein, nein. Sei schuld. Alter, wo sind denn die hin? Sind die plötzlich weg? Manni nicht, oder? Manni nicht, aber Foxy auch nicht. Aber hä? Die anderen sind plötzlich alle verschwunden. Sei. Guck. Zeig, wo Manni ist. Wo ist Manni? Äh, ich hab grad keine Ahnung. Ich hab grad keine Ahnung. Äh, wo ist Manni? Keine Ahnung. Wo ist die gar? Dies. Auch nicht. Doch. Ich hab da mal festgesehen. Geh nochmal auf Camp 7. Warte. Das sind Spiele. Da ist nie einer. Das ist Foxy. Keiner. Nieder. Niente. Oh, Feli. Und Chica. Oh, oh, oh. Ich bin ja immer so plötzlich. Hallo. Oh, ich würde sagen. Foxy ist grad gerannt. Sie haben ihn abgewehrt. Geh leicht. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Hier, willst du? Nö. Okay, dann fress ich leer. Nö. Willst du? Nö. Oh, hier, dann fress ich leer. Nö. Ich fress jetzt leer. Du wolltest ja nicht. Okay. Wollst du? Nö. Nö. Ey, du bist der blöd. Samsung. Keine Schleichwerbung. Weißt du überhaupt, was du für ein Samsung hast? Ja. Was für ein? Samsung Galaxy S7 oder 8. Samsung Galaxy S7 oder 8. Nö. Nö. Ne. Nö. 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 Au! Mann! Kurz gesagt. Ich werde euch alle umbringen. Oder Flödi wird es tun. Oder Spiderman. 3.378 Aber wir bleiben in den Park an dieser Stelle. Nein, nur noch 30 Sekunden. Das ist es. Ja, okay. Wir beenden den Park an dieser Stelle und Tschau.